gegen zwei Eisenschwerden muss ich gerade etwas freten ey das scheiß Archer wieder auf den Sack was hast du? du hast meinen Boomrang geklaut? nein ich hab auch einen, hier warte mal und zwar... wenn einer enchantet kann das sein nein, meiner ist nicht enchantet hier weiters weg, wenn ich schon ich hinter euch Bitpack, damit zumindest einer noch stuffen kann der wo hier wo ich bin Holzen kamen 13 jemanden ja deswegen nimm den doch oh wie viel Leder, ich hab fast 36 Leder Danke Möge Alter, hör mal auf! lass mich da vorwachen ja das soll... sollte ein PvP ausmachen eindeutig jetzt kommen wir ja gleich oh ich hab die Uhr gar nicht gestoppt warte lass mich vor dann kümmere ich mich um die Aua ich hab nicht einheutig PvP aus oh da wird das Wittler noch tödlich enden hier ähm... ähm... Kohle oh hinter euch hinter Centro 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 oh Johnny Chokop... hast du das Chokopedia angesammelt? die kommen ja immer von oben runter, ne? naja... deswegen... das ist ja eigentlich Wolle 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 Rosen kaufen? Ach da! genau das Wollkreise was ich glaubt also da oben ist ähm... massig Attack weg alles aber normal rumgehen und nicht hoch mhm... ich wollte nur gucken was da so los ist warte ich geh da rein und hol mir die und dann mach ich immer Feuer Jungs kommt mal her Feuer 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 Alter hast du auch Vergiftung bekommen? so ein Gemahl hier und 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 was macht die so fette Kugeln alter? ich hab keine Pfeile mehr weil sie alle in meinem Becken sind nein hier ist ein Grenader hier ist ein Grenader wow ich bin der Schwimmel tot ja Hilfe ah toll also leute füllt man Death-Death-Count-Time aber nicht von uns selber wenn wir uns selber töten nein 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 Archer 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 ist egal die sind... wir haben die ganze Zeit Archer Duell ja ich zieh mal den Bumerang durch WTF hier ist ein unsichtbarer Boss was ist das denn? Aua wo bist du? wo bist du? Alter der brennt da hinten alter Hilfe 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 da ist ein unsichtbarer Boss seht ihr dass das er brennt? der ist unsichtbar der ist ein Zombie der bugt alter nein das ist ein Boss der war unsichtbar man ups der der muss flame nein das sind jetzt die Archer von hinten nein ich bin droht ohhhh gelaufen der war vor meinem Feuer alter wie heißt der Befehl es gibt kein Befehl zum pvp ausmachen nein tp warte so ein ganz normales Befehl so es gibt kein pvp ausmachen boi danke da kann ich nichts für die Rage ist so ich hab'n äh was ist das denn? ich hab'n Cracker Night's War willst du das haben? ne gar nicht ich bin schon nicht bei Taji über euch ich bin schon nicht bei Taji über euch Centus? nö macht mir schaden ich bin nicht bei Taji über euch ich bin nicht bei Taji über euch meine Metall ist zugemüllt ja wirklich zugemüllt wo ist mein magischer Bumerang? scheiße 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 wo ist der denn? hast irgendeiner den eingesammelt? keine Ahnung keine Ahnung nö ich hab' ihn nicht pass auf da kommt Massen hier hab'n nix mehr hey wo ist der mein Bumerang? oh den Longbogen jawoll oder einer hat fast eine komplette Rüstung fallen hey wo hab' ich denn den Bogen? ohne Scheiß Luzhin bringt es so auf den Schwertern zu haben ja klar aber wo seid ihr denn eigentlich? an die Etage drüber ja toll ich hab' fast eine komplette Wüste ich hab' jetzt schon hey Johnny Johnny kannst du das hier pass mal auf guck mal da hinten den dreht mal um pass auf jetzt guck dir den an noo was ist das denn? hm Bogen MG naja nein man ich bin doch der Arter ja aber ist nicht mehr viel drauf ne der war vorher schon kaputt und du kannst die Pfeile fast wieder einsammeln und du kannst die Pfeile fast wieder einsammeln ich hatte auch nur noch einen Bummen da musste ich gar nichts sonst gibt wie machst du das? bei mir passiert da nichts äh einmal kurz shift und dann musst du aufm klicken außer du hast genug Pfeile drin ne? ich hab' 104 Stück aber ich hab' noch nen Köcher ne? nur so ja deswegen geht das wahrscheinlich so schnell ich hab' keinen Köcher der hat die vorher aber auch schon nicht das über die miteinander kennt jawoll, Manylium fett Gold und nen Amboss hab' ich gefunden cool so jetzt kann natürlich sein dass er das Spiel abstützt ich versuche mal auf nen Enchanting Table was zu geben beim Schokopedia ja das ist für äh so verpackt das jetzt komischen Färbel ja mein Minecraft ist abgeschmiert nachkehrt da ist mein Minecraft natürlich abgestürzt aber ich wundere mich ey ey dass du dann nur entscheiden kannst ich hab' nichts damit zu tun falls ihr das denkt doch doch du hast es extra gemacht ja richtig wie immer was haben wir hier drin? Pfeile und so wo seid ihr? oben oder vielleicht hast du ne andere Version oder was nicht nein 1,5,2 also ich hab' schau mal die obere Monster aktiviert ne oh ja 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 welch Etage seid ihr? ganz oben ganz oben in der letzten wo man reingehen kann oh nein das ist der König, das ist der King das ist der Walker King ich hab' nicht viel ich hab' nicht viel also wir sind ganz oben in diesem Rundgang da wo seid ihr denn? ich bin beim Walker King ja toll wir sind in diesem Rundgang ja ich weiß und der ist natürlich wieder hochgezogen wahrscheinlich äh möglicherweise aber nicht aber Santos laufen hier noch mein Schwerpunkt ich bin mir doch Gott da nicht ich bin gleich tot ach wie störst du? ey unbedingt nächstes mal PvP ausmachen dann ist aber auch recht tot nein ich freu's mich wie das exakt nein die Fresser hab' ich scheiße ich hab' wieder meine Pfeile weggefallen ich hab' neue Schill hey bis Geburt da vorne hey wir erstmal die Alter der Omis ne oh Zeitlos wow Johnny danke Domis ne Bots spinne pass auf also wir spinn wir spinn wir spinn da fett 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 ich muss das essen oh verpiss dich doch ich muss das essen lass mich in Ruhe ich hab' auch noch Schokopädia bekommen also mich ähm ähm Moment greift mich die Spinn nicht an greifen meine ich das Skelett an oh geh mal erst mal auf den Boss alter lol der hat mein Schwerf weggezogen was ist das denn welcher Boss der hier war ein Spinn der hat ein Lootpicking drauf ich hoffe du stirbst gleich nein nein ich wills nicht hoffen so jetzt sind wir einmal durch glaube ich ich weiß wo wir hinkommen ich sehe euch ich bin nicht will ich auch nicht wo ich bin die reingesprungen ich komme nicht gegen den ich komme nicht gegen den unglaublich bist du denn ganz oben der von 250 leben noch 206 ja der ist auch schwer äh Johnny nicht aber Johnny endlich immer Porten ohne Witz lass den Scheiß doch endlich mal dann soll er aufhören mit dem Staff davor zu gehen dann macht der selber einen ja pass auf, pass auf, weg, 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 weg weg, 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 weg ja der fällt gleich rum ja der Portet sich dennoch zurück ich sag doch, geh weg der kommt jetzt die hinterher ja, geil, geil warte ich komme Boah es fängt sich dennoch in der Ecke was hat die denn drauf die Rüstung und so hat auf die Hila hinten hinten ein Hila-Hila ist auf dem Versuch auf die Hila zu gehen Johnny ja, es kann nicht viel machen aber der Boss hat keine Rüstung mehr jetzt der Boss tot ein Diamantblock ich hab eh keinen ich brauche ich bin gleich tot wo bist du, wo bist du hier unten toll ja, die haben irgendwie so'n Speed-Buff drauf gehabt eben jetzt bin ich bei euch hi für Damage macht das Walkers-Buff weiß ich nicht ist der Boss tot oder was naja Johnny hat irgendwie so'n weiß nicht was, hast du, Giant-Sword ja pass auf, geh weg, 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 weg boah, das Walkers-Buff, mach das gibt mir mal so'n Buff, alter Johnny, geh weg die haben eigentlich irgendwie so'n komischen Buff drauf gehabt eben dass ich so'n schnell gestorben bin weiß ich nicht pass auf, feuer, feuer, feuer accentus wow ich hab keinen Inventar mehr Platz ich hab keinen Platz mehr über Tamo Flash ich hab einen Block auf Geile, wo kann ich denn da ... danke, dass du mich hier jetzt angefeuert hast ja, ich hab den falschen Stuff ausgewählt wow, ich bin natürlich wieder down wow, ich bin natürlich wieder down hast du denn immer gar nicht wow, ich wechsel die Rüstung gleich tschüss na wo, guck mich hin, guck mal meine Rüstung an alter, alter, alter nein nein danke ich verquill dir immer den scheiß falschen Ding aus, ey komm, runter mit dir tschüss pass auf, Eis Verlamsung hat er dann ne, die sind da nicht so schnell Box sie doch nicht mal runter war keine Apfel ja, noch mehr Gold jawohl, Goldäpfel Aouch ich hab mich schon ein bisschen rausgelootet bisschen alles Aouch, Eis-Sachen mitster Hätte mich da eigentlich eben gehauen gehabt du ne, Johnny ja, aber mit dem, äh mit dem Walkers-Word und noch ein Big-Pack jawohl drei Big-Packs schon währt gar kein Big-Pack, Centos, ne? ich hab zwei, äh, nur ein äh ich hab ungefähr, ja, ich hab zweieinhalb Stacks Leder, also Moin Moin jetzt mach mal ne Meter aufräumen Wat für ne Tour Water-Step hab ich jetzt wieder jawohl jetzt können wir wieder Schaden machen die Eis-Step da hab ich nen Ersatz dabei, geil und ein Schwert bräuchte ich gleich nochmal Schusssicherer im Federfall ich hab die Cloud-Boots, guck hier Pure Cloud-Boots sind das dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad und aus dem da ich ja magier bin pass mal auf was ich an hab dort gut pass mal auf scale rüstung doch gelocken lassen aber die habe ich noch auf wenn die voll ist aber du hast keine cloud boots hast doch tiefs boots oder nicht vor cloud boots zu blau ist sicher und federfall ja aber ich habe hier richtige cloud boots ja heute das ist ein piratenschiff erst mal für eine aufnahmepause wieder ja was willst du machen was essen und pvp ausmachen na gut dann machen wir hier kurz eine aufnahmepause und bis später dann tschüss